Hallo ihr Lieben Seid zu herzlich willkommen zu einem weichen Teil GTA Online Custom Map Action zusammen im Fiedergespann mit dem DNA Hallöchen und den beiden Loser aus Mabossa und Florence beziehungsweise Ich hoffe alle haben den Centorno genommen und den also ist die letzte Runde oder letzte Folge 10.000 Dollar verloren Ich mach mal ganz Piano, ich habe gewettet, hat irgendwer von euch gewettet? Ich konnte nicht wettet, ich wollte wetten Was ist das für eine Map? Kann man aber gar nicht schaffen Erstmal alle zurückfahren, genau Ich dachte ich bin der Einzige der es gelesen hat, aber alle haben mich gecheckt, dass man nach hinten muss, dass ich bin der Klügste hier Oh mein Gott, das ist ja gar nicht schlecht gewesen Wie Deko war das? Wie Deko war das? Oh yeah Hat das irgendjemand geschafft? Was zum... Alter Oh mein Gott Was... Die schaffen wir einfach wie kein Fahr sein Teko was machst du da? Oh a , oh a , ohли and call OMG Teko hat sich den den some Teko Teko wo kamst du denn her? Ja keine Ahnung aber du warst damit gar nicht sichtbar auf einmal bist du bei mir drin Ja du warst auch nicht sichtbar und auf einmal standst du in mir oder so Oh, das ist nicht leicht, 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 ich kann es auch schaffen. Alter, wie lang ist das denn? Alter, wie lang, wie soll man das nicht schaffen? Das wird jemand gesagt. Holy crap, schon durch. Was, Alter? Was? Niemals. Oh, fucking yeah. Alter, es ist zweimal ums Gebäude. Wer fällt euch jetzt rum? Deko läuft einfach rum? Ne, Marvin ist von Bossers. Ach so, ich dachte schon. Das wäre ja die Sensation gewesen. Aber das ist nicht der Fall gewesen. Das ist schon im gesamten Internet rum, dass Deko einfach immer verliert. Irgendwann wird das so ein... Ja, weil Deko ist halt nur Deko, ha, ha, ha. Irgendwann wird das so ein Gag wie LOL oder so. Also, wir kriegen mal die Skagen auf dem Schuh hoch, sagen dann, Alter, das war ja voll Deko. Wer hat es geschafft, da? Ne, immer noch nicht. Alter, drückt einer von euch irgendwas auf den NumPad? Also, fünf oder acht. Schau, jetzt dreh ich mich hier! Wieso sollst du dann irgendwas auf den NumPad drücken? Was soll das bringen? Ja, dann zieht sich dann... Nein, ich hätte fast cheaten können. Ich war oben drauf. Ich war auch oben drauf. Das bringt aber, glaube ich, nichts. Alter, das ist... Wenn man nicht weiterkommt. Also, Dena, auf jeden Fall ohne Ego-Perspektive, ne? Ja, ich mache keine Ego-Perspektive. Das ist doch kein Fall. Ist das einfacher mit Ego? Ja, mit Ego ist übelst einfach. Weil man sieht ja, wo man dann links und rechts lenken muss. Und so sieht man es nicht. Deswegen, das ist heavy. Aber das ist doch sogar eine Hilfe. Man kann doch an manchen Stellen nicht runterfallen und dann kann man wieder so einen kleinen Boost holen. Ja. Wie kann man sich dann leichter... Oh mein, ich habe es fast geschafft. Also, ich finde es echt schwierig gerade, ne? Also, wenn man in den Flow reinkommt, dann geht es. Aber ich komme gerade nicht in den Flow rein. Nee, ich komme auch nicht in den Flow, weil ich immer irgendwo gegenknalle. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh shit. Hä? Das ist scheiße, dass da so Knicke drin sind und man ständig so rumbounced. Ja, genau. Weil dadurch verliert man irgendwie den Grip und rutscht dann weg, ne? Ja. Deswegen meine ich ja auf NumPet 5 drücken. Oh, that's done. Ah. Ha! Was? Der ist gut. Der ist gut. Der ist der Kaff nicht. Oh, leid. Was war das denn, Kaff? Ey! Wieso ist meiner ausgestiegen? Kaff wird sich so rumsprechen für... Ist voll schlecht, ey. Ey. Ist ja voll Kev heute. Boah, heute mal wieder voll Kev. Hallo, heute voll Tena. Du bist genauso weit wie ich, Alter. Okay. Sehr schön. Ja, Deko, dann machen wir das jetzt. Mann, meiner... Was? Bist du durch, Deko? Ich bin durch, ja? Alter, das kann nicht sein. Schlechter als Deko. Das ist schlimmstwürdig. Wie können wir denn so schlecht sein? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das Ding ist, wenn ich verpacke, dann wird mieser Lärm gemacht. Deswegen denken halt, ich werde mal so schlecht. Oh, 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 man. Mann, ich war so weit schon. Ich bin auch so... Alter, ich habe es fast geschafft. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Diese Kanten, Alter. Ohne diese Kanten wäre das viel einfacher. Man muss aber halt einen guten Start bekommen. Wenn man einen guten Start bekommt, dann geht es eigentlich. Man muss eigentlich per... Genau, weil sonst hat man nicht die richtigen Wirkung. Wenn du diesen Start hast, dann musst du halt nur noch irgendwie dich darum kümmern, dass du halt möglichst... Geht einfach schön mit, du bleibst. Dann einfach durchziehen. Ey, das ist wirklich lang. Ihr müsst euch nebenbei aber auch noch trollen, ne? Haben wir... Haben wir eine Runde? Nein! Sind das zwei Runden. Du hast mich erwischt. Das ist Punkt zu Punkt. Das ist gar keine Runde. Ehrlich? Wirst du schon im Ziel? Nee. Wartest du? Ich schaffe diesen einen Sprung gerade nicht. Oh yeah, ist das die Chance? Nein! Ich war kurz nach Martina. Nein! Okay, Alter, wir sind so schlecht. Ich glaube, man muss auf dem Numpad 5 drücken, dann sind diese Huckeln nämlich nicht nicht so heftig. Aber ich hab da gar nichts gefällt. Ich wüsste nicht mal, wo auf dem Gamepad. Ich spiel mit Gamepad. Du musst nach uns nicht schreien. So wäre, als würdest du nach oben gehen. In den rechten Analog-Stick musst du. So, als würdest du nach oben gehen wollen halt. Wie wir weiter so verkümmern. Ich war direkt in der Nähe, die haben die genau dasselbe gemacht. Ja, Mann! Ey, Mann, ey. Oh, ich bin... Oh, doch, das geht noch nicht. Ah! Shit! Kev, du bist bei dir? Gecktes Schwung! Gecktes Schwung, Alter. Das gibt's doch nicht. Das kann nicht sein, dass die beiden es wirklich so direkt gerissen haben. Wenn er, du grindest. Ja, genau. Und so schaffe ich das nämlich. Oh, Alter. Aber ganz ehrlich, ich komme hier gerade selber nicht weiter an so einer anderen Stelle. Nein! Ich hab's geschafft. Richtig easy. Ja, ist auch richtig easy. Ich pack's einfach nicht. Alter, das war ja... Was? Das ist... Das ist... Wie so... Ihr geht wirklich easy, Alter. Ich weiß, was das ist. Auf dem Bett ausstehen, ne? Das kann nicht wahr sein. Das ist gerade 5 Minuten. Dasselbe hier probiere. Nein! Nein! Ich hab's die ganzen Roll-Life geschafft und bin zu weit rechts von dem Wegpunkt geflogen. Ja, Mann! Ey, ich hab's nicht geschafft. Dena, deine Chance zu pumpen. Ja, ja. Aber ich bin leider zu schlecht. Ich war ganz recht. Ich glaub, ich hab jetzt den Bogen aber auch raus. Also, ich drücke NumPet erfinden und drücke die ganze Zeit immer nur ganz bisschen D so nebenbei. Versuche unten an der Kante lang zu gehen. Dena! Dena! Und ich mein Weißbüch! Echt? 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 Nee, ich war schon wieder fast am Ende. Fuck! Ey, Dena! Ja, 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 oh, nein! Nein! Ach, ich war so weit, ich seh den Punkt. Ich bin eben den Punkt weggeflogen, Dena, das ist nichts. Sobald ich jetzt in Ziel fahren würde, ist das ja so, dass... Nein! Wir keine Sankten haben. Ach so, du hast es doch nicht geschafft, Eko? Nein, ich bin ja auch noch nicht durch. Der Einer von euch ist was? Zwei von dieser Franta. Nicht in Zwei von Franta. Das darf nicht wahr sein, Alter. Wie kann ich das hier einfach nicht schaffen? Ja, ich bin drin! Ja, geschafft! Was? Ich hab's geschafft! Jetzt muss ich auch schaffen, jetzt muss ich auch schaffen, aber ich schaff's nicht. Nice! Ey, auf den letzten Millimeter, ne? Ja, Mann! Alter, du in das Hand davor. Heavy Crap, Alter. Wow! Ey, das kann nicht wahr sein, ne? Das darf nicht wahr sein. Ich bin nur am runterfallen hier. Oh, nice. Man muss das echt nicht übersteuern beim WarRide, sonst kackt man sofort. Man darf, also der Tipp, den ich damals Marvin gegeben habe, der richtig viel geholfen hat, war gar nicht, ähm... Kinder schafft es! Nee! Oh, warte, 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 oh Gott, so knapp! Ja, was ist der Tipp, den ihr habt? So wenig wie möglich lenken, wirklich nur so ganz bisschen. Immer so ab und zu. Millimeter. Wahrscheinlich überholt Kef mich jetzt noch, oder? Alter, freist du mit Auto? Oh, mein fucking Gott, ich bin unter! Yes! Den hat es geschafft! Verdammte Scheiß! Ja, Mann, den hat es geschafft, sehr schön. Woo! Oh. Geiler Abschluss! Ey, aber ich bin nicht mal gestorben dadurch. Das ist jetzt gutes Karma, jetzt hole ich Heft noch ein. Niemals, Alter, ihr habt den Vorsprung seines Lebens! Ah, ouch! Das ist mir nicht fliegen! Die gucken wir aber nicht drin. Ich hab das Fenster aufgemacht, ich bin so rot, Alter, weil die Sonne hier reinknallt. Du bist so krass und Sonnenbrand durch Fenster bekommen. Ach, klar! Das ist echte Computerbräune, Kef, das ist gut, das ist ja top! Echte Computerbräune! Der Bildschirm! Ich hab extra LED-Bildschirm in Solarium-Bildschirm geändert. Perfekt, das ist super! Also ich weiß gar nicht, was kommt hier denn danach überhaupt noch Schwedis? Ihr müsst beim Ziel auf so eine Baustelle fahren, da sind überall Gitter und es ist nicht so einfach, da reinzukommen. Aber Deko ist hier schon seit 20 Minuten gefühlt und schafft es nicht. Ey, ich komm da echt nicht hoch, ne? Das ist so zum... Ach, da rein nur, das ist ja kein Problem! Ja, dann macht das! Boah, ich schaff das auch einfach. Kein Problem! Das ist kein Problem! Ja, Dena, Deko, ich hol dich jetzt noch einen! Mach dir mal... Ich werd nicht letzter auf dieser Map, das sage ich! Ich werd nicht letzter! Das war klar! Kaum Sieg, hat sich vorbeiziehen! Dena, das ist deine Chance! Ha! So! Oh! Oh, Deko ist drin! Was? Deko ist drin! Oh, dass ich nur die Gelegenheit hatte, Kef zu töten! Nein! Und ich hab nur noch 20 Sekunden! Oh, Mann, Alter! Nein, ich wollte es noch schaffen! Oh, nein, ich wollte jetzt letzter werden! Bitte, schaff es nicht, Kef, schaff es nicht, Kef! Ja, da sind wir gleichzeitig hier! Wie weit bin ich noch weg vom Ziel? Wenn du es direkt schaffst... Ich hab's geschafft! Nein! Was war los? Oh, da wurde es das Ziel noch 6 Sekunden! Wo denn hin? Wo denn hin? Du musst in die Baustelle springen! Nein! Ich dachte... Nein! Oh, Mann! Das sah aber gar nicht so schlecht aus! Ich hab's doch geschafft! Ja, Mann! Oh, Mann! So knapp! Und ich dachte, das war so ein Ab und Auf der Gefühle! Und ich dachte, ich schaff's vielleicht noch, aber ich hab's nicht geschafft! Es war aber echt knapp! Es war super knapp! Es war sehr deprimierend! Nicht schlecht, Herr Specht! Däumchen nach oben auf jeden Fall! Die Frage ist, kommt jetzt noch eine zweite Mem? Eine kurze? Ja, klaro! Aber welche? Das ist die Frage! Aber wir werden eine machen, Leute! Deswegen sehen wir uns gleich! Gleich! Und es geht wieder los, Janine! Wir drehen gemeinsam durch! Mit welchem Motorrad denn? Ähm... Gibt nur zwei! Gibt nur zwei? Ja, Elektro oder Windy-Taple? Was hat mehr Style? Ich finde, dieses Windy-Cater sieht so ein bisschen Alien-mäßig aus! Ja, lass den Windy-Cater nehmen! Alle den Windy-Cater! Alle den Alien-Gleiter! Alien-Gleiter! In euer Gesicht! Und ich bin mir ganz sicher, dass ich gewinne 100 Dollar auf mich! Oh, so sicher bist du dir? 100 Dollar auf Marvin, 100 Dollar auf Deko, minus 100 auf... Nee! Minus 100 auf Deko! Der Ganze nur gewinnt! Ich wette, dass Deko verliert! Win-Win-Jackpot! Ich wette, dass ich vor Käftnis bekomme! Ja, ich wette, dass ich einfach alles gewinne! Alter! Was ist denn das für ein Motorrad, bitte? Sieht geil aus, ne? So voll so preis und so eine Hardware, aber sieht halt eher so japanisch aus! Yeah! Jet-Ski auf der Straße! Wow, 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 wow! Nach der Schmarr-Käffe im letzten Ding hier! Da müssen wir jetzt mal mal zeigen, wo der Hammer hängt oder nicht! Superstart! Was ist denn los? Ja, aber hier! Zack! Ja, aber hier! Was ist denn los? Alter! Lenkst du dich das Ding behindert! Was zum Teuf? Was ist denn freigegeben? Deko ist abschussbereit! Wow! Oh mein Gott! Nein! Aua! Fuck! Ey! Ey! Lassen Sie mich in Ruhe! Oh, ich kann nicht schießen im Gameplay! Das ist mein großer Nachfall! Was ist denn das Schuss? Teufel! Hier auf! Thorat ist komisch! Hier wurden die Reifen zerschossen! Schillt! Ja! Zulang! Arsch! Ich muss... Alter! Wo muss man denn hin? Nein! Was zum Teufel! Wir kümmern uns um die beiden da vorne! Wo muss man denn hin? Ich hab's geschafft! Nein! Ich hab voll gegen den Baum geflogen! Lol! Was? Hä? Ach hier! Was? Man fährt hier... Alter, wo? Da gibt's keine Wegpunkte mehr! Man muss die ganze Zeit geradeaus! Nein! Alter! Warum spring ich denn ab? Please! Ich bin da einfach abgesprungen! Ja! Alter! Ich hab mich gleich wieder eingeholt! Obwohl ich richtig weit hinten war! Also das heißt gleich! Ich hab mich eingeholt! Haha! Oh my damn it! Hast du mich wirklich eingeholt, Dene? Ja, ja, Kapp! Laber, Paralabra, Laber, Paralabra! Ich krieg's echt nicht hin! Das... Ah, shit! Der D-Grad ist verholt und ich häng ihn an der Wand! Ist das Zoom-Programm! Dieses Exel in der Kamera verwirrt einen immer voll! Oh, Leute! Oh! Was war das denn? Das war blind irgendwo ein C4 in Luft gesprengt! Und den Besten erwischt! Ich hab kaputte Reifen, aber ich fahr' aber weiter! Ich hab kaputte Reifen kaputt gemacht! Hey, das sind doch die ganze Zeit überhol-Dinger, äh, diese Reparier-Dinger gewesen! Was sind die zweite Neue? Ja! Oh, lol! Du hast genau in dem Moment meine Reifen kaputt gemacht, wo ich lenken wollte! Hut ab! Ihr habt alle so einen Vorsprung! Autsch! Obwohl, da ist schon wieder einer! Wer ist das dritte? Wer ist das dritte? Dener, try hide it hier jetzt die ganze Zeit schon wieder! Jaaaaah! Jaaaaah! Ja, Dener und du müsst ihr auch was gut machen! Fuck, 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 fuck! Lasch' mich in Ruhe, weißt? Oh! Ich bin wieder... Du hast jetzt auf, mich kaputt zu machen! Na gut! Au! Und der Deko! Äh, der Dener ist weg! Mann, Deko und Dener war weg! Mann! Das kann nicht wahr sein! Ich hatte fast bis das ein scheiß Reparatursymbol geschafft und dann... Und ich bin auch wieder vorbei! Nein! Ich bin und nicht letzter, das ist ja nicht wahr! Wo ist der... Deko! Da hin! Dener, lass mich in Ruhe! Du kannst... Du kannst von meinem Hinterreifen träumen vielleicht, äh! Ich weiß ganz genau, wo du Lung hast! Ah! Ah! Nein! Oh nein! Oh nein! Ich bin voll weit hinten! Oh Mann! Verdammt! Ich dachte, dieses Rennen habe ich eine Chance! Nein! Nein! Geh weg! Entfernen Sie sich! Geh der Kev! Da ist der Dichter! Entfernen Sie sich, Kev! Das wartet doch! Du wartet auf mich! Ey, wir warten sofort, sobald ich Kev habe! Ich werde verfolgt! Nein, ich habe beschossen drüber! Du wartest wirklich! Ah! Nein! Nein! Ich habe den Puppen eingesammelt! Ja! Sieher! Wow! Nice! Egal, du hast kaputte Reifen, du musst respawnen, das dauert länger! Ist mir egal! Ich muss überhaupt nicht! Marvin, Deko! Deko kommt da! Ich warte hier auf! Ey! Hol nur Deko! Ey! Nein! Oh Gott! Ich wollte doch eine Abpuppen setzen! Und Deko fährt einfach weiter! Was ist denn das? Hör aufzuschießen! Oh mein Gott! Hör auf! Dena ist erster! Was? Bin erster? Wie kann das denn sein? Das geht doch gar nicht! Kev Eis! Mann! Ich bin erster! Ich bin erster! Das ist die Fackung! Oh mein Gott! Das hat dir mein Reifen kaputt gemacht! Ihr Arsch! Mein Reifen ist auch kaputt! Ich war ungefähr mit 12 Gramm, habe kaputt Reifen gelangen! Nein! Ich bin nur dritter! Oh Mann! Ich habe mich so gut gefühlt! Ganz kurz! Nein! Wie? Ja! Nein! Nein! Ich war eigentlich durch! Alter! Ich war eigentlich durch! Oh Mann! Nur weil der Cap auf dem Boden lag! Das ist ein neuer Fettsack! Mein Mann! Was? Ey! Klapp! Oh! Ich habe heute noch mit Kommentaren kämpft du fieser Fettsack in Klappantwortung! Du kämpft, was du das einmal in einer Folge gesagt hast! Nein! Du hast selbst gesagt fieser Fettsack irgendwie! Du hast irgendwas wegen fieser Fettsack gesagt! Ich habe nur gesagt, du bist das! Dena, was soll das? Was soll das? Was habt ihr mit mir gemacht? Oh! Nein! Ja, ja! Wenn drei sich streiten, wird Deko erster! Nein! Nicht Deko! Das ist ja peinlich! Nein! Was? Du bist doch nicht erster schon! Yeah! Ja! Ich bin echt eiskalt schon durchs Ziel gefahren! Schwache Leistung! Eiskalt, ey! Alter! Wie konntest du mich von da treffen? Ja, ich bin doch auf der Brücke und habe eine Bazooka in der Hand! So kann ich nicht! Alter! Ich habe die ganze Zeit vermieden, hier neu zu starten und dann habe ich trotzdem gestorben! So unnötig! Das war ein tödlicher Fehler, mein Freund! Ja, ja! Ich weiß das! Dena doffs nicht schaffen! Dena doffs nicht schaffen! Was war das denn? Dena hängt auf den Dingern fest! Was? Nein! Nein! Ich muss nicht mehr rein schaffen! Ich weiß gar nicht, hier ist gleich das Ziel! Und ich muss mich ja jetzt beeilen, weil der Deko da hat ja schon beendet! Oh! Shit, da ist das Ziel! Nein! Oh Mann! Eine Kartsaktion hat es gebracht! Das kann nicht wahr sein! Ich habe das Versprechen gehalten, vor Cap durchs Ziel zu kommen! Mann! Der Cap ist aber schon richtig durch hier! Komm schon! Wo seid ihr? Ich warte auf euch! Oh! Ich habe mal sehr viel Pech gerade! Du willst eh wieder nur wieder rumknallen! Warte mal! Irgendwas stimmt da nicht! Oh! Ja tatsächlich! Irgendwas stimmt da nicht! Dena deine Chance! Ich halte Marvin auf! Ja! Mach das! Mach das! Los! Immer weiter aufhalten! Go Dena! Halt sie immer weiter auf! Ja ja! Go Dena! Ich brauche weiter Motivation! Immer weiter! Weiter! Dena du schaffst es! Ich schaffe es! Ich schaffe es! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Halt ihn auf! Halt ihn auf! Halt ihn auf! Ja! Halt ihn auf! Halt ihn auf! Halt ihn auf! Halt ihn auf! Und ich bin letzter! Arvin! Halt ihn auf! Danke viel! Es war mir eine Ehre! Sein Fall! lustig. Hat mega Spaß gemacht. Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schaut definitiv bei Dena vorbei und bei den Losers. Link zu beiden Kanälen in der Beschreibung. Däumchen nach oben, wäre cool. Es war wirklich funny, funny, funny. Es geht in drei Tagen auf jeden Fall weiter mit der nächsten Custom Map. Das wird richtig witzig, deswegen seid da dabei. Probieren wir was zu sagen. Leute, bleibt geil und macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Vielen Dank, liebe Zuschauer, liebe Jörg. Es sind drei Tage, wie ich hab gesagt. Wieder schaut bei allen vorbei. Link zu dir unten in der Beschreibung. Was für ein turbulentes Rennen, Leute. Am Ende bin ich noch Zweiter geworden. Sehr schön. Danke, Kämpfus, ich sage in der Stelle. Echt Zweiter? Du bist doch vor mich gekommen, mein Freund. Ja, ja, ich weiß. In den nächsten Rennen sage ich euch, da werde ich nochmal aus eigener Kraft siegen. So, das war's aber für heute. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen, drückt auch noch oben. Macht's gut. Ciao.